Bruno Inderbitzin ist mein Name. Ich bin schon eineinhalb Jahre bei Heli Suisse. Zuerst Büroarbeiten und dann Pilot. Der Grund, ich war schon viele Jahre als Pilot unterwegs in Afrika und Amerika und die Alpen, die Grossmaschinen haben mich in die Schweiz gezogen. Das ist der Grund, weil Heli Suisse ein super Team ist und wollte ich schon immer Teil vom Team sein. Mein Name ist Adrian Hadorn, ich bin Flughelfer hier bei Heli Suisse International. Ich mache diesen Job schon seit knapp sechs Jahren. Diese Arbeit ist eigentlich meine Leidenschaft. Ich denke immer bei dieser Arbeit, wir sind so viel unterwegs, viel im Ausland und am Wochenende manchmal und ja, da musst du eigentlich mit Leidenschaft dabei sein, sonst funktioniert das nicht. Heute die Ausforderung, natürlich Nummer eins war das Wetter. Es ist sehr warm. Wir haben im Cockpit fast 29 Grad gehabt. Wir verlieren auf dem Heli pro Grad ungefähr 100 Kilo. Also das macht schon aus. 10 Grad verlieren wir fast eine Tonne. Für mich, ich sage, gefährlich ist unsere Arbeit eigentlich nicht. Es erfordert höchste Konzentration. Wenn der Hubschrauber da ist, muss man wirklich 100 Prozent bei der Sache sein. Alles andere ausblenden. Wichtig bei uns ist am Tag vorher oder zwei Tage vorher die Vorbereitung am Boden und dann am Morgen früh ein gutes Briefing, damit jeder Flughelfer genau weiss, was er machen muss, wo er hin muss und auch die Kommunikation mit dem Aufladeplatz, die Baustelle und mit dem Pilot zusammen ist sehr wichtig. Bei uns das ist Teamwork, da ist ein riesengrosser Zusammenhalt. Einen typischen Tag bei Heli Suisse gibt es nicht, es ist immer etwas anderes. Wir sind halt immer draussen unterwegs am Schaffen. Wir haben den Abwind vom Hubschrauber, eigentlich bei jedem Wetter sind wir draussen unterwegs und da haben wir mit Heli Hansen eigentlich einen sehr guten Ausrüstungspartner gefunden. Bei uns wechselt es sehr schnell. Manchmal ist ein Auftrag in der Stadt, vielleicht zwei, drei Stunden später ist man irgendwo im Gebirge auf dem Gletscher und da sind wir eigentlich für jede Situation optimal mit Kleidern ausgerüstet. Heli Hansen Produkt finde ich sehr gut für Piloten, auch für Crew am Boden. Ich persönlich habe sie auch in der Freizeit an. Ein und Aussteigen von so einem grossen Heli ist, ist wichtig, Comfort und das haben wir. Und die Flughelfer sind sehr gut, vom Licht sieht man sie, die Farbe ist sehr gut, sehr robust würde ich auch sagen und generell beklebe und gute Produkte.